Herzlich willkommen zu einer weiteren Behandlung hier bei MAC Aesthetics. Heute dreht sich wieder alles um den Kinnaufbau und hierbei handelt es sich um eine Softbehandlung. Wie man schön an der Statistik sehen kann, sieht man die Relation Softbehandlung zu operativen Eingriffen. Das hält sich hier in der Statistik etwas die Waage und genauso ist es auch bei MAC Aesthetics, denn wir führen genauso viele operative Eingriffe, wenn nicht noch mehr, wie Softbehandlungen durch. Und weiter geht es mit dieser Behandlung und hier sieht man ein schönes Ergebnis schon vom Kinnaufbau. Die Patientin sehen wir nach 10 Tagen zur Nachuntersuchung wieder und schauen, ob sie auch zufrieden ist. Und ich denke, damit können wir uns verabschieden. Bis zum nächsten Mal.